Bevor es steht, es steht schon wieder ein Rennen an. Bevor es steht, es steht schon wieder ein Rennen an. Bevor es steht, es steht schon wieder ein Rennen an. Bevor es steht, es steht schon wieder ein Rennen an. Lass uns die Überholkaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Bevor es steht, es steht schon wieder ein Rennen an. Bevor es steht, es steht schon wieder ein Rennen an. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens ein Rennen an. Du kannst es nutzen, esастen Sie eine Rennachter. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens reb versión teufzen aus. Du kannst es Control- Thanks, Sieern. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Renns gefahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,0 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,0 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,0 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Renns. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,0 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,0 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,0 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,0 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,0 Sekunden. Das war's. Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Ich finde, der Titel geht heute an das neue Team. Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe an... Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe an. Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe an. Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe an.